Ja und damit herzlich willkommen hier zur zweiten Ausgabe des digitalen Erfahrungsaustausches des digitalen Semesters, Sommersemesters 2020 hier an der TU Dresden. Wir haben ja im letzten Video schon ganz allgemein über einzelne Erfahrungen und Erlebnisse aus diesem Semester gesprochen und heute nehmen wir uns einen besonderen Schwerpunkt vor, nämlich wie sind denn die Prüfungen abgelaufen bei uns in diesem Semester? Was gab es für Arten von Prüfungen und was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert und wie würden wir uns denn eigentlich eine optimale Prüfung wünschen? Für die heutige Diskussion habe ich folgende Gäste anwesend, die mit mir darüber sprechen werden. Das ist einmal Nicole Wetzel. Nicole studiert Anglistik, Amerikanistik und Geschichte. Dann hätte ich noch Jessica Flex, heute auch wieder da. Sie studiert auf Lehramt Deutsch und Mathematik. Zudem ist auch wieder dabei Veronika Saalbach, die auf Lehramt Deutsch und Geschichte studiert. Und auch wieder dabei ist Gregor Mitzker, welcher auf Lehramt Deutsch und Informatik studiert. Und heute auch wieder dabei ist Stefanie Bakasch, die Anglistik, Amerikanistik und Kunstgeschichte studiert. Genau. Wir werden das Video oder diese Diskussion wird wie folgt ablaufen. Wir werden über die einzelnen Möglichkeiten, wie eine Prüfung sozusagen stattfinden kann, sprechen und dann uns die Erfahrung anhören und ein bisschen darüber sprechen, was hat da gut geklappt, was hat weniger gut geklappt, wo gibt es da noch Potenziale. Und wir fangen direkt an mit dem Thema Präsenzprüfung. Denn auch durch die, also obwohl es ja die Situation rund um Covid-19 und die Sicherheitsabstände durchaus Einschränkungen gibt, gab es einzelne Prüfungen, welche ganz klassisch in Präsenz stattgefunden haben, aber unter ein paar veränderten Bedingungen. Und da würde ich mir jetzt von denen, die eben so eine Präsenzprüfung schon geschrieben haben, gerne mal die Erfahrung anhören, wie eben genau das abgelaufen ist. Genau. Wer möchte denn von euch beginnen? Jessica, magst du beginnen? Du hast auch eine geschrieben, richtig? Ja, ich hatte zwei Präsenzprüfungen. Eine war mündlich. Also die war tatsächlich recht ähnlich dazu, wie auch normale mündliche Prüfungen stattfinden. Also es könnte sein, dass die Abstände größer waren, dass es sonst in einem anderen Raum stattgefunden hatte. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber im Prinzip war es eine ganz normale mündliche Prüfung. Da ist es halt einfach auch so, dass ja jeder einzeln geprüft wird. Dann hatte ich noch eine schriftliche im Deutsch. Und da war es so, dass wir im Weberbau einen großen Saal geschrieben haben für 20 Seminarteilnehmer. Und es war schon ein bisschen ulkig, die Leute da zum ersten Mal zu sehen überhaupt. Was die Sicherheitsabstände anging, war es schon so, dass die Abstände zum einen in den Reihen gewahrt wurden. Also wir hatten größere Abstände zum Sitzen. Aber problematisch war halt trotzdem, dass man irgendwie davor sich Leute, die sich schon vorher kannten, irgendwie zusammengestellt haben und geredet haben. Aber das liegt natürlich auch in der Verantwortung der Studierenden. Das muss man halt einfach so sagen. Genau. Also ich fand es einfach ein bisschen komisch, aber es war schon in Ordnung. Und war sonst irgendwelche Rahmenbedingungen verändert? Also war die Zeit, die Schreibzeit zum Beispiel identisch wie sonst oder wurde die verkürzt? Ja, also die Schreibzeit war genauso wie sonst. Es war halt wirklich einfach wie eine Klausur. Aber ja, also dadurch, ich glaube, es kann man halt einfach nur in kleineren Gruppen machen. Also wenn man nicht mehr als 20 Leute hat. Wobei ich glaube, ich habe erfahren, dass irgendwie auch Klausuren in den Nöten jetzt da stattgefunden haben, in den Sporthallen da. Dann geht es vielleicht auch nochmal anders. Ja. Aber eher was für kleine Seminare. Okay, danke. Und musstest du einen Zettel ausfüllen, ob du gesund bist, bevor du die Prüfung betreten hast sozusagen? Ähm, ich glaube, ich musste mir was durchlesen und ich glaube, mit der Unterschrift, dass ich an der Prüfung teilnehme, habe ich das mit unterschrieben. Ja, ich glaube schon. Ähm, ja, bin ich mir nicht 100% sicher. Aber ich glaube schon, dass ich da, also ich muss auf jeden Fall die Belehrung lesen. Und ich glaube, damit, dass ich dann unterschrieben habe, dass ich an dieser Klausur teilnehme und da bin, habe ich das dann auch mit abgekennzeichnet. Okay, äh, vielen Dank, Jessica. Denn, ähm, genau, da gebe ich direkt das Wort weiter an Stefanie. Was hast du denn dazu noch anzumerken oder zu berichten zu den Präsenzprüfungen? Also, ich hatte ja nur eine Prüfung in Präsenz. Und die war im Prinzip nicht anders als sonst, nur dass wir im HSZ waren. Also in einem der großen Hörsäle in der 4. Für vielleicht 30 Leute. Ich habe nicht so genau darauf geachtet, wie viel wir waren, aber der Raum war relativ leer. Entsprechend groß waren dann auch die Abstände. Ansonsten war alles wie sonst. Und wir haben auch nur am Ende zum Abgeben der Prüfung unterschrieben. Also keine sonstigen Dokumente oder irgendwas anderes gewesen. Einfach nur die Prüfung, so wie sonst auch, geschrieben. Und man hat das eigentlich jetzt so nicht gemerkt. Und, ähm, dass die Leute, die sich kennen, zusammen irgendwo stehen, ist, glaube ich, normal, weil sie auch sonst ihre Freizeit zusammen verbinden. Dann wird es auch keinen Sinn ergänzen, wenn die dann tatsächlich zur Prüfung Abstand halten. Und ihr versteht, was ich meine. Also, ja, okay, danke schön, Stefanie. Und einen dritten Erfahrungsbericht haben wir noch von Gregor. Genau, ich hätte eine Präsenzklausel schreiben wollen, durfte es aber nicht, weil ich zu diesem Zeitpunkt erkältet war und entsprechend nicht guten Gewissens diesen Zettel unterschreiben konnte, der mir zugeschickt wurde. Also ich hätte Mediavistik schreiben wollen, was quasi aus dem HSZ, für das A4 verlegt wurde, auf die Nötnitzer, dann halt nicht nur auf eine der Turnhallen, sondern auf beide. Das heißt, das wurde ganz, ganz klar kontrolliert, in welche Turnhalle man gehört. Dann gab es halt ein Konzept, was eine A4-Seite lang war mit, wie darf man auf Toilette gehen, wann darf man rausgehen. Es wurde darauf hingewiesen, dass man, wenn man dorthin fährt, möglichst Busse nutzt, die früher fahren oder die zu anderen Zeiten fahren, als zu diesen Stoßzeiten, damit sich ja nicht so viele Studenten gleichzeitig in den Bussen tummeln und dass man sich halt nicht, wie Jessica es erzählt hat, zusammenrottet, sondern dass man sich auf den Parkplätzen, die sich da vorbefinden, möglichst großflächig verbreitet und dann wirklich erst, wenn man das Signal bekommt, reinzukommen, dann langsam und wirklich nur in kleinen Gruppen mit Abstand hingeht. Also das war schon, also für eine normale Klausel war wirklich krass durchdacht und mit vielen Einzelheiten, die da durchdacht wurden. Ich denke, der Dozent hat sich da viel Gedanken gemacht, vermutlich mehr als manch anderer Dozent, aber ja, es war schon krass. Okay, und also bist du da gewesen direkt oder wann, oder hast du den Zettel vorher ausfüllen müssen und dann eben gemerkt, dass du nicht teilnehmen kannst? Wir haben das zwei Tage vorher eine E-Mail bekommen, quasi alle, die in dem OPA-Kurs waren und da stand, das bestand aus zwei Seiten, einerseits halt ein Konzeptpapier, wie die Klausur ablaufen wird, was zu beachten ist und auf der zweiten Seite war quasi ein Zettel, wo drauf stand, hiermit garantiere ich, dass ich keinerlei Anzeichen habe und mich mit niemandem getroffen habe in den letzten Tagen, der Covid-19 hatte und bla, 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 bla. Und das musste man unterschrieben, ausdrucken, unterschreiben und dann halt mitbringen. Und ansonsten durfte man die Räume nicht mal annähernd betreten. Okay, gut. Danke für die Beschreibung, Gregor. Damit würde ich jetzt erstmal den Blog schriftliche Präsenzprüfung, so wie wir es kennen, abschließen und zum nächsten Part kommen. Denn ein weiterer großer Bestandteil, wie auch Prüfungen stattgefunden haben in diesem digitalen Semester, ist das sogenannte Tool OPAL-Exam. Das können wir uns so ein bisschen wie eine digitale Prüfung vorstellen, wo eben unter Freitextaufgaben oder Multiple-Choice-Aufgaben eben über diese Plattform OPAL-Exam gestellt wurden und dann eben darüber die Klausur geschrieben wurde. Und genau, da würde ich jetzt auch gerne mal die dazu gemachten Erfahrungen hören. Und da beginnt bitte Veronika. Genau, ich habe eine große Psychologie-Klausur über OPAL-Exam geschrieben. Da war es so, dass wir, also die ganze Vorlesung lief ja eben auch schon digital und wir waren direkt darauf vorbereitet, schon lange, dass das über OPAL stattfinden wird. Auch die Probeklausuren und die Probefragen waren alle über das direkte OPAL-Tool. Da gibt es auch so ein Test-Tool, da konnte man sich das probieren. Und dann die Klausur wurde über OPAL-Exam geschrieben. Davor hatten wir auch eine Probeklausur, die schon sehr gut funktioniert hat. Und ja, was vielleicht ein bisschen anders war, wir wurden in Gruppen eingeteilt, also ich glaube in acht Gruppen insgesamt, je nach Nachnamengröße. Also ähnlich bei großen Klausuren hat man es auch, dass man im Hörsaal dann auch aufgeteilt wird. So war das dann halt auch in diesen Gruppen. und die hatten alle die gleiche Klausur, aber unter den Gruppen gab es scheinbar unterschiedliche Klausuren oder unterschiedliche Fragen zumindest. Genau, und so war es auch zeitlich begrenzt. Also man musste halt, ich glaube, 16 Uhr am Laptop sitzen und dann die Klausur anfangen und hatte eine Stunde Zeit. Ja, es war sehr übersichtlich, muss ich sagen. Also man hatte links immer so gesehen, wo steht man gerade in der Klausur, wie viele Fragen hat man. Oben lief die ganze Zeit die Zeit mit. Also man konnte jetzt sich da zeitlich kaum vertun, weil die sah man immer präsent da. Und es war klar eingeteilt, was man an welcher Stelle machen muss. Also ob es eine Einfachwahlaufgabe, eine Mehrfachwahlaufgabe war oder wir hatten auch so Zuordnenbeispiele, wo man einfach Kästchen verschieben musste zu irgendwelchen Antworten oder ins Modell reinbauen musste. Ja, also es lief sehr gut. Es war auch zeitlich gut bemessen und es hat auch technisch sehr gut funktioniert. Also es gab einen Moment, da hat es mal gehangen, aber es ist auch nichts abgestürzt. Man kam super gut rein und man konnte auch gut abgeben. Ja, es war eine sehr angenehme Erfahrung. Also wir hatten schon ein bisschen Panik vorher, ob das halt alles funktioniert, weil ich weiß nicht, ich glaube 300 Leute haben die Klausur zeitgleich dann sozusagen geschrieben. Ich glaube, ob das dann alles hält, weiß man ja nicht, aber hat alles überfunktioniert. Okay, vielen Dank, Veronika. Nicole, decken sich deine Erfahrungen mit denen von Veronika oder hast du noch andere Sachen dahin zuzufügen? Ich habe auf jeden Fall nicht ganz so positive Erfahrungen gemacht wie Veronika, muss ich leider sagen. Ich habe in der Anglistik geschrieben, wir hatten auch die Möglichkeit, an einer Probeklausur vorher teilzunehmen. Die wurde aber zeitlich verschoben. Also die fand nicht statt in dem Zeitraum, in dem sonst die Vorlesungen oder alle anderen Sachen stattgefunden haben. Und zwar zu einem Zeitraum, an dem ich dann eben leider nicht konnte, sodass ich jetzt nicht die Möglichkeit hatte, Opel-Examen irgendwie vorher schon mal zu probieren oder zu testen. Ich habe dann aber natürlich über den Matrix-Chat mitbekommen, wie viel Panik dann zur Probeklausur herrschte, wie viele technische Unsicherheiten und Schwierigkeiten es dann gab. Von der Seite der Lehrpersonen und der Tutoren, die das begleitet haben, war natürlich großes Bemühen, so viel wie möglich bis zum Klausurtermin zu verbessern, was auch der Fall war. Also ich hatte jetzt keine großen Schwierigkeiten während der Klausur. Dennoch muss ich sagen, dass ich es, glaube ich, sinnvoll gefunden hätte, wenn man ein paar Aufgabenstellungen, die sonst in der Präsenz gut funktionieren, auf das Digitale ein bisschen besser ummünzt. Also wir mussten zum Beispiel unterschiedliche Städte auf so eine geografische Landkarte eintragen und für alle, die mit Word vertraut sind, wissen, dass da sich vielleicht mal was verschieben kann, dass das mal nicht funktioniert, dass es da irgendwie unterschiedliche Einstellungen verbraucht, um da auf einer Karte malen zu können. Das hat auf jeden Fall viel Zeit gekostet. Aber im Großen und Ganzen hat das natürlich dann trotzdem alles relativ gut geklappt. Okay, danke, Nicole. Und Jessica wird uns noch eine dritte Sicht berichten. Ja, also ich habe so ein bisschen zwei Ansichten darauf, weil ich zum einen eine Opalklausur als Tutorin mitbetreut habe in der angewandten Linguistik. Und da war es vor allem über Freitextaufgaben gelöst. Und das war eigentlich auch ziemlich gut. Also wir saßen dann, es war eine ähnliche Größe wie in der Psychoklausur, also auch so 300 Leute. Und wir hatten deshalb einfach auch ein großes Team dahinter und wir haben uns vorher nochmal irgendwie abgesprochen und so. Und ich muss auch sagen, dass es von vornherein von den Dozenten ziemlich gut organisiert wurde. Und ich denke deshalb auch für die Studierenden ganz gut. Und wir sind dann halt dadurch, dass wir diese Gruppen hatten, auch relativ schnell mit den Studis in Kontakt gewesen, wenn es irgendwelche Probleme gab. Und wenn man halt rausfällt aus diesem Opalkor, oder aus dieser Klausur, kann man halt als Tutor einfach irgendwie noch zehn Minuten dazugeben. und es gab von diesen wirklich vielen Leuten eine Person, weil der es dann partout nicht funktioniert hat. Und die konnte dann halt einfach am nächsten Tag nochmal die Klausur schreiben. Mit der haben wir sie dann einfach Kontakt aufgenommen. Das Einzige, was dann halt noch ein bisschen aufgefallen ist, was am Anfang ein bisschen das Problem war, also wie gesagt, das ist ja eine andere Plattform als die OPA-Plattform. Und deswegen muss man sich da auch extra anmelden. Und das war für viele Studis eine größere Hörde, als wir gedacht hätten. Genau, also ja, das war am Anfang noch ein bisschen das Problem. Meine zweite Erfahrung war in Mathe, also da habe ich eben selbst eine geschrieben. Und das war natürlich irgendwie ein bisschen anders als sonst, weil normalerweise bekommt man einfach auch relativ viele Punkte auf Rechenwege. Man bekommt Folgefehler und solche Sachen. Und das fiel halt jetzt natürlich weg. Dafür konnte man sich aber einfach einen Taschenrechner daneben legen, was im Normalfall auch nicht geht. Und das war durchaus auch mal ganz nett. Und man muss halt Dinge teilweise ein bisschen anders eingeben. Eine Wurzel kann man halt nicht als Wurzel schreiben, sondern muss irgendwie SQRT schreiben. Und da war es dann aber ganz cool, da hatten wir dann eine Woche später noch eine Klausur Einsicht, dass wir, wenn wir irgendwelche Tippfehler hatten oder so, konnten wir das dann halt nochmal melden und dann sagen, okay, gut, dann könnten wir vielleicht das korrigieren. Und die Korrektur war jetzt halt dann wesentlich schneller. Also ich habe jetzt mein Ergebnis schon. Und das war, beziehungsweise wusste ich direkt nach der Klausur, dass ich die Klausur verstanden habe. Das war auch nicht schlecht. Ja, okay, spannende Beobachtung. Hier gibt es zweimal Zustimmung. Ich denke, das bezieht sich auf die Schwierigkeiten bei der Anmeldung. Aber Veronika, du wirst sicherlich auch noch was Genaues dazu sagen, worauf es sich bezieht. Genau, auf die Anmeldung eben. Also das war schon ein bisschen tricky, muss ich sagen, weil man musste, also wir haben immer wieder Mails bekommen, also wirklich dann fast im Tagesrhythmus irgendwie, dass wir uns da bitte jetzt dringend anmelden müssen auf dem Tool. Und also diese Anmeldung war halt einfach, man musste einmal seine Login-Daten eingeben und diese Seite nur besuchen. Dann war man quasi schon angemeldet. Aber das war halt irgendwie nicht gut kommuniziert, weil, also ich zum Beispiel und auch andere Kommilitonen haben halt dann irgendwie diese Psychoklausur besucht, weil wir dachten, wir müssen uns da dann sozusagen nochmal extern irgendwie da anmelden. War aber noch nicht der Fall. Die existierte einfach noch gar nicht. Daraufhin haben wir nochmal eine Mail bekommen, dass wir uns jetzt für die entsprechende Psychoklausur anmelden können. Also das war schon ein ganz schönes Hin und Her, weil auch, also man hat auch gemerkt, dass halt auch die Dozentin einfach da ein bisschen überfordert war und nicht so richtig, also ihren Erkenntnisstand quasi eins zu eins an uns weitergetragen hat. Und da war dann halt schon Verunsicherung da. Also da habe ich auch ein paar gemerkt, die dann auch sich abgemeldet haben, weil sie gesagt haben, wer weiß, was hier noch alles kommt, das kriege ich nie hin. Das war schon ärgerlich. Aber ja, also man musste, also es hat ja alles gut funktioniert. Es gab auch keine Probleme. Und auch eben sie, auch in der Klausur, sie hat uns nachher eine Mail geschrieben gehabt, dass es irgendwie bei fünf Leuten zu technischen Problemen gekommen sind, die innerhalb von fünf Minuten gelöst werden konnten. Also da hat das alles super funktioniert. Aber der Weg dahin war schon echt das Schwierigste. Da muss ich ganz klar zustimmen. Ja, okay. Danke, Veronika. Nicole, du wirst dazu auch noch was ergänzen. Ja, und zwar würde ich gerne diesem Hin und Her noch mal ein bisschen zustimmen. Also das war bei mir in dem Kontext dieser OPA-Lexam-Klausur ähnlich, dass eben ganz lange überhaupt nicht klar war, wie die Klausur stattfindet. Dann irgendwann klar war, dass sie über OPA-Lexam stattfindet. Und es gab wirklich eine große Summe an Mails, die man dann irgendwie regelmäßig lesen musste, um zu schauen, was jetzt die neuesten Informationen sind. Was natürlich auch die Unsicherheit vielleicht der Lehrperson widerspiegelt, die Schwierigkeit irgendwie in so einer Zeit, das alles ordentlich zu navigieren und natürlich auch offen und kommunikativ zu sein. Da wäre es vielleicht die Möglichkeit, dass man vorher in einer Mail klare Deadlines setzt, damit eben für alle Studierenden klar ist, bis da und dahin wird irgendwie ein meinetwegen PDF-Dokument hochgeladen, wo die wichtigsten Informationen zusammengefasst sind. Als dass man eben immer wieder aufs neue Mails bekommt, wo man damit rechnet, da steht jetzt was Relevantes drin. Nur um zu hören, wir wissen es immer noch nicht. Wir sagen dann Bescheid, sobald es soweit ist. Okay. Danke, Nicole, für die Beschreibung. Damit würde ich den zweiten Part rund um OPA-Lexam auch einmal beschließen und zu einem dritten Teil kommen. Und zwar hatten wir von einem Studierenden noch eine sehr spannende Beobachtung oder eine sehr spannende Klausurerfahrung. Ich nenne es mal eine Zoom-Klausur. Wer war das nochmal und kann das mir noch... Jessica, erzähl uns mal genauer, was da abgelaufen ist. Also, ja, wir haben die Klausur per Mail bekommen und dann hatten wir parallel... Also die Vorlesung lief vorher schon über Zoom. War aber tatsächlich... Also ich meine, ich verstehe die Kritik dahinter schon, aber das war schon auch mit uns vorher abgesprochen und kommuniziert und hätten wir irgendwie große Einwände gehabt, dann hätten wir auch dagegen sprechen können. Die Vorlesung war aber allerdings auch sehr, sehr gut. Egal, anderes ist jetzt ein anderes Thema. Die Klausur lief dann so, dass wir praktisch auch über eine Zoom-Konferenz zugeschalten waren. Das heißt, wenn irgendwelche Probleme oder so gewesen wären, hätten wir uns darüber melden können. Natürlich war das dann halt trotzdem irgendwie so, dass wir die ganze Zeit beobachtet wurden und parallel eben am Laptop, also es war in Deutsch, die Klausur geschrieben haben und die Fragen beantwortet haben. Also und dann mussten wir halt die Mail einfach zurückschicken nach der abgelaufenen Zeit. Es war aber jetzt auch nicht so, dass total streng überwacht wurde, wenn man irgendwelche Aufzeichnungen mitnimmt. Und ich denke, da die Stimmung in der Vorlesung eigentlich ganz gut war, war das auch in Ordnung. Aber ich meine, ansonsten ist es halt schon... Und dadurch auch irgendwie mit uns kommuniziert wurde und es nochmal gefragt wurde. Wenn das einfach so festgelegt werden würde, gewesen wäre, wie auch immer, fände ich das nochmal um einiges kritischer. So fand ich das in dem Rahmen tatsächlich in Ordnung. Und auch in dem Rahmen, dass es alles neu ist dieses Semester und so. Okay. Danke für diese Beschreibung. Und damit kommen wir im Prinzip auch schon zur letzten großen Form. Ich denke, über die wird jetzt am meisten zu sprechen sein. Eine Art der Prüfung, wie sie so bisher, glaube ich, noch gar nicht großartig praktiziert wurde. Und zwar das sogenannte Take-Home-Exam. Das heißt, man bekommt eine Aufgabe, hat dann einen gewissen Zeitrahmen dafür und muss dann eben nach diesem Zeitrahmen die Aufgabe abschicken. Das kann ganz unterschiedlich gestaltet werden. Das heißt, es kann genauso viel Arbeitszeit gegeben werden, wie eben auch die Klausur theoretisch lang ist oder eben deutlich länger. Und ich glaube, da werden wir jetzt viele verschiedene Erfahrungen hören. Und da frage ich einfach mal, wer möchte denn da mir zuerst mal... Genau, okay. Nicole, fang doch mal an. Was hast du für Erfahrungen mit der Take-Home-Exam gemacht? Sehr gern. Ich habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht, weil ich eben auch mehrere Take-Home-Exams geschrieben habe. Da war so ein bisschen alles dabei. Also von handstriftlich zu Hause in 90 Minuten was schreiben, was dann abfotografiert abgeschickt wurde, hin zu digital als Word-Dokument mit acht Stunden Bearbeitungszeit, war da wirklich eine ganze Bandbreite von Prüfungen dabei, die aber auch meiner Meinung nach ganz gut gezeigt haben, wie nervös oder offen die Lehrperson waren, wenn es darum ging, irgendwie eigenständig eine Arbeit zu verfassen und eben zu versuchen, zu kontrollieren, inwiefern diese Eigenständigkeit möglich ist. Also das war eben bei dem Handschriftlichen natürlich der Fall, dass das der Versuch war, von der Lehrperson zu kontrollieren, dass wir diese Prüfung tatsächlich selber schreiben, dass man die eben handschriftlich verfassen sollte, wie es eben sonst auch in der Präsenz stattgefunden hätte, um die dann abfotografiert oder eingescannt wieder einzuschicken. Ja, da kann man vielleicht diskutieren, inwiefern das sowieso im digitalen Semester nötig ist oder nicht nötig ist. Und die anderen Klausuren liefen mit meistens längeren Bearbeitungszeiträumen ab. Also die meisten sind von mindestens der doppelten Bearbeitungszeit ausgegangen, einfach nur auch, um genug Kapazität zu geben, auf technische Schwierigkeiten zu reagieren. Und das fand ich den Zeiten sehr entsprechend. Also ich hatte eben bei der 90-Minuten-Klausur zum Beispiel dann plötzlich Schwierigkeiten mit meinem Scanner, wie es dann eben manchmal passieren kann. Da hätte mir irgendwie eine halbe Stunde mehr auf jeden Fall deutlich geholfen. Da sind andere Lehrpersonen flexibler drauf eingegangen, dass man eben mehr Zeit hatte, unterschiedliche Wege das dann zum Beispiel zurückzuschicken und auch zum Beispiel unterschiedliche Wege, um eine Bestätigung zu bekommen, dass die Klausur tatsächlich auch angekommen ist. Okay, danke Nicole. Stefanie, was hast du für Erfahrungen mit dem Take-Home-Exam gemacht? Du musst dein Mikrofon noch anschalten. Ja, ich bin jetzt da. Also die meisten bei uns waren gut vorbereitet. Also man hat das alles vorher schon mal getestet. Aber bei einer war es so, da hatten wir ein PDF-Formular, wo uns eigentlich gesagt wurde, es würde auch ein Word geben, wo es dann aber keine Word gab, weil wir das hätten nachfragen müssen, was so aber nicht kommuniziert wurde. Und das PDF-Formular, dort sollte dann die Geschriftfarbe der Formulareinträge geändert werden, was wir aber auch aus der Klausur erfahren haben. Und es wird auch nur 20 Minuten mehr gab oder so. Und das ging für die meisten nicht richtig, weil wenn man das noch nie gemacht hat, weil man im Formular normalerweise die Farbe ja nicht ändert, findet man das nicht so einfach heraus. Deswegen dort dann für einige auch die Zeit ein bisschen knapp wurde, weil man halt dort noch versucht hat, damit umzubasteln und so. Aber im Großen und Ganzen hat das eigentlich ganz gut funktioniert, weil zumindest die Formulare ganz brauchbar funktionieren, den PDF-Dokumenten. Schlimmer fand ich das eine Word-Dokument, was wir in einer anderen Prüfung hatten. Das waren nicht nur verdammt viele Fragen, sondern auch sehr unübersichtlich formatiert. Also so, als würde man die Klausur ausdrucken und dann handschriftlich bearbeiten, was ja aber nicht die Idee war, sondern wir sollten das ja ein Rechner machen. Das rein von der Formatierung her war das halt nicht wirklich übersichtlich, sodass du am Ende auch nicht wirklich wusstest, ob du überhaupt alle Fragen beantwortet hast. Gerade weil dort auch noch Sonderzeichen einzufügen waren, was wir zwar vorher alles noch abgeklärt haben, wie das am sinnvollsten geht, was dir aber trotzdem auch Zeit kostet. Und wenn man dann irgendwie 30 Fragen, 40 Fragen hat, die alle relativ umfangreich beantwortet werden sollen, ist das dann schon ein bisschen, ich finde, schwierig. Also mir hat irgendwann wirklich die Übersicht gefehlt. Daher bin ich mir nicht sicher, ob ich alles beantwortet habe. Und ich fand das im Großen und Ganzen eher ungelungen als Prüfung. Mit den anderen Prüfungen, die in dieser Form stattgefunden haben, gab es eigentlich jetzt keine Probleme. Und ich fand die Lösung mit mehr Zeit ganz gut, weil man dann wirklich auch noch mal sicher gehen kann, dass man alles auch korrekt benannt hat und hochgeladen hat. Was ja doch auch wichtig ist. Und es standen eigentlich auch bei allen Prüfungen Leute in einem Chat oder bei einer Videokonferenz zur Verfügung, hätte man jetzt Hilfe gebraucht. Okay, vielen Dank, Stefanie. Veronika, was hast du zu berichten? Ich wollte noch kurz ergänzen, dass es hier Zustimmung noch gab zu dem letzten Punkt von Stefanie, dass immer eine Person auch dabei stand und unterstützt hat, dass das andere auch so war. Jetzt Veronika, bist du dran? Genau, also ja, ich habe auch sehr positive Erfahrungen mit dem Take-Home-Exam gemacht. Also mir liegt das aber auch persönlich sehr, also dieses Format einfach. Ich musste in dem Examen ein Essay schreiben, wo man einfach so ein Thema sozusagen sein Wissen darlegen konnte. Und das war wirklich sehr entspannt. Also es ist einfach eine Klausurmöglichkeit gewesen, die auch eben angemessen für das Semester war, weil ich hatte auch immer das Gefühl, dass irgendwie bei manchen Klausuren oder bei manchen Sachen dann halt plötzlich so Dinge abgefragt wurden einfach, aber die Vorlesung oder die Veranstaltung eigentlich gar nicht darauf ausgelegt war. Also dass man dann plötzlich irgendwie irgendwelche Modelle auswendig lernen musste und dann aber in der Vorlesung nur darüber diskutiert hat und das irgendwie nicht gepasst hat. Und was ich auch sehr, ein bisschen kritisch sehe an der Sache ist aber halt, man braucht zu Hause einen ruhigen Arbeitsplatz. Also es ist meistens nicht unbedingt immer möglich. Also zum Beispiel, das ist jetzt nur noch so ein ganz kleines Ding, aber vor meinem Haus ist eine wunderschöne, laute Baustelle. Und diese Baustelle hat einfach zu dieser Klausur unglaublich in der Arbeit geleistet und eine Lautstärke fabriziert, die war Wahnsinn. Klar hatte man das in einem Hörsaal auch manchmal, dass es einfach daneben laut ist oder übest warm oder irgendwas. Aber noch dazu eben, wo es jetzt gerade mit der Slup auch schwierig ist, noch so sich da einen Termin zu finden, war das dann schon, also muss man schon irgendwie vielleicht doch die Studierenden vorher fragen, ob es für alle möglich ist, zu Hause diese Klausur zu schreiben und das abklären oder halt irgendwie eine Möglichkeit finden, dass man vielleicht einfach in der Uni in den Raum stellt, weiß ich nicht, wie das gegangen wäre, wo man halt vielleicht doch die Möglichkeit hat, da in Ruhe die Klausur zu schreiben und nicht halt vielleicht auch in einer großen WG oder so wohnt, wo dann halt eher Unruhe ist. Genau, das war so meine Idee dazu noch. Okay, vielen Dank, Veronika. Hier gab es ganz, ganz viel Zustimmung bei dem Aspekt mit dem ruhigen Arbeitsplatz. Also ich glaube, hier sind wir uns alle einig, dass das ganz, ganz wichtig ist und dass da vielleicht auch irgendwie Möglichkeiten noch geschaffen werden würden. Nicole, du hattest dich noch gemeldet. Ja, genau. Und zwar würde ich eigentlich den meisten Sachen, die Veronika gesagt hat, auf jeden Fall zustimmen. Auch diese Relevanz des ruhigen Arbeitsplatzes, des ungestörten Arbeiten. Das wird auf jeden Fall unterschätzt, glaube ich, dass das wirklich wichtig ist, ist, dass man da irgendwie seinen ruhigen Ort zum Arbeiten braucht. Ich wollte nur kurz was ergänzen zu dem Chat. Und zwar fand ich, das war so ein bisschen Segen und Flucht zugleich. Also ich fand es natürlich super, die Möglichkeit zu haben, Fragen zu stellen und Ansprechpartner zu haben bei Schwierigkeiten. Gleichzeitig hatte ich natürlich auch das Gefühl, okay, wenn was im Chat passiert, dann ist das auch irgendwo klausurrelevant. Also wenn es zumindest diesen Klausurzeitraum betrifft. Das heißt, ich habe auch immer wieder versucht, da irgendwie einen Blick für zu haben, ob dort irgendwie was geklärt wird, was ich vielleicht übersehen habe oder was ich nicht ganz mitbekommen habe. Das war vielleicht ein minimaler Stressfaktor. Und was da auf jeden Fall auch nochmal vielleicht als Negativpunkt genannt werden kann, ist, dass man gemerkt hat, dass ein paar Regeln nicht so final und klar kommuniziert wurden. Also gerade, wenn sich zum Beispiel die Abgabe der Take-Home-Examens näherte, wurden natürlich die Fragen im Chat umso lauter. Und da reicht es meistens nicht, dass eine Studierende oder ein Studierender eben die Frage gestellt hat, zum Beispiel, ob die Klausur angekommen ist. Es wurde dann von 40 weiteren Teilnehmenden genauso gestellt. Ja, also da merkt man eben so die Unsicherheit von der Seite der Studierenden, die eben natürlich eine Bestätigung brauchen, dass die Prüfung ankommt. Und gleichzeitig die fehlende klare Kommunikation von der Lehrperson, die dann sagt, so und so sieht es aus, alle angekommen, ihr kriegt alle am Ende, eine Stunde später, eine Bestätigungs-Mail. Wenn was fehlt, melde ich mich nochmal zum Beispiel. Einfach, um da diese Unsicherheit wegzunehmen, eben dieses Bombardieren der Fragen in den Chats so ein bisschen zu vermeiden. Okay, danke, Nicole, für diesen wichtigen Punkt, wie ich finde. Gregor, was hast du noch zu ergänzen? Also ich muss sagen, ich fand das Format echt super. Ich habe das vorher nie gemacht. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass es ein verdammtes Vertrauen der Dozenten gegenüber den Studenten verlangt. Aber es zeigt sich halt auch an der Stelle relativ deutlich, welcher Dozent da überhaupt gewillt ist oder wie das Vertrauensverhältnis grundsätzlich der Dozenten gegenüber den Studenten ist. Man kann natürlich in solchen Klausuren dann nicht so etwas machen wie einfache Faktenabfrage, weil das kann man halt einfach nachgucken. Ich denke, das ist dann nicht das Problem. Aber ich denke, wenn man da nach Blumen wirklich mal in diese Richtung geht, halt auch einfach Anwendungsaufgaben zu machen, wo das reine Wissen nicht reicht, also wo man nicht nur das Wissen nachgucken muss, sondern es auch anwenden muss, dann ist das da super geeignet. Und ich denke, das ist auch so ein grundsätzliches Ziel, wo ich meine, dahin sollten Prüfungen insgesamt gehen, weil so reine Faktenabfragen, das kenne ich noch schon aus Schulzeiten. Das ist ja ganz nett, das kann man zeigen. Da kann man ein bisschen Bulimie-Lernen machen und dann ist es wieder vergessen. Aber wenn man das halt anwendet, dann muss man halt ein bisschen früher nachdenken und ich glaube, das bleibt dann auch länger im Kopf. Das hat sich auch gezeigt bei dem Matrix-Support-Channel, wo Dozenten dann vorher immer gefragt haben, kann ich nicht irgendwie das verhindern, dass meine Studenten während der Klausur auf die Inhalte zugreifen kann, an die ich in dem Chat geteilt habe, obwohl die sich die ja vorher hätte schon runterladen können oder irgendwie verhindern, dass die Studenten während der Klausur miteinander reden können, was sie auch an dem Channel des Dozenten vorbei machen könnten. Also wo ich dann schon wirklich dieses, ich möchte ja meinen Studenten trauen, aber irgendwie tue ich es dann doch nicht gezeigt habe. Genau, und der absolute Superpunkt, den ich gefunden habe, war bei diesen Take-Home-Klausuren, ist, ich konnte währenddessen klassisch Musik hören. Das war super zum Entspannen. Wirklich, man konnte, man hatte nicht dieses Rascheln außenrum von 300 anderen Studenten oder so, sondern man konnte sich halt einfach eine Atmosphäre schaffen, die einem sonst so nicht geboten wird. Und ich glaube, das wird die einzige Klausur in meiner ganzen Lebzeit sein, es sei denn, keine Ahnung, wie jetzt das Windesemester abläuft, in dem ich nicht mal sowas erleben konnte. Ich meine, wenn ich das versuche, in der Präsenzklausur durchzusetzen, dann wird mich vermutlich der Dozent doof angucken und sagen, verlassen Sie meinen Hörsaal. Aber ich fand das echt eine super Erfahrung. Okay, danke Gregor. Hier gab es auch gerade ganz, ganz viel Zustimmung. Einmal bei dem Aspekt, dass man eine eigene Atmosphäre sich schaffen kann und dann auch bei dem Aspekt, dass eben die Prüfung anwendungsorientierter und nicht auf den Aspekt des Polemielernens gesteuert oder gelenkt werden. Deshalb wollte ich das nochmal hervorheben. Jessica, was hast du noch dazu zu sagen? Wir sind auch schon wieder ein bisschen über der Zeit, wie ich gerade merke. Aber Jessica, bitte. Ganz kurz, ich wollte nochmal zu dem Punkt zurück, dass ihr von einem ruhigen Arbeitsplatz gesprochen habt. Dem stimme ich natürlich zu. Aber was ich gerne noch dazu sagen wollte, was man vielleicht bei den Präsenzprüfungen auch hätte anhängen können. Aber ich finde, dass gerade in diesem Semester und solange es noch Einreisebeschränkungen gibt von außen, dass auf jeden Fall die Möglichkeit bestehen muss, dass man Prüfungen online absolvieren kann, weil es eben einfach Studierende gibt, die nicht herkommen können momentan. Und das finde ich einfach super wichtig, noch mit zu erwähnen. Ja, ganz wichtiges Plädoyer, das ja auch gleich wieder von den anderen noch große Zustimmung erfahren hat. Genau, damit sind wir auch mit dem Teil Take-Home-Exam sozusagen durch. Und da wir jetzt schon ein bisschen über der Zeit sind, würde ich den letzten Teil ein kleines bisschen abkürzen und einfach nochmal jeden um ein ganz kurzes Statement bitten, welche Art der Prüfung hat für ihn jetzt dieses Semester am besten funktioniert beziehungsweise wie wünscht er sich oder sie sich eine gute Prüfung, dass da jeder nochmal einfach so drei, vier Sätze dazu sagt zum Abschluss. Und wer möchte denn beginnen? Ich gebe das Wort zuerst an Veronika. Genau, also ich würde mir für die Zukunft eine Kombination aus Opal-Klausur oder Take-Home-Exam wünschen. Also für Dozierende, die halt wirklich eher auf Abfragen bestehen in Klausuren, ich finde ich, ist Opal ein gutes Format, weil es halt einfach relativ intuitiv zumindest bei mir funktioniert hat. Für Klausuren, die von mir eben wie in der Germanistik eher schriftlich und in Textform verfasst werden, eignen sich Take-Home-Exam meiner Meinung nach sehr gut. Und da sollte man halt auch eben den Studierenden ein Stück entgegenkommen und auch darauf vertrauen, dass sie sich nicht, also wir sind ja alle da hart in der Selbstständigkeitserklärung unterschrieben, deshalb muss man halt einfach vertrauen, dass die Studierenden das gut alleine zu Hause machen und ich finde, das kann man auch verlangen von den Dozierenden. Danke Veronika. Als nächstes hat Stefanie das Wort, bitte schalt den Mikro wieder an. Also ich persönlich würde mir auch mehr, also jetzt im Wintersemester dann sollte es wieder Online-Brüffungen geben, Take-Home-Exam zu wünschen, weil ich das tatsächlich auch ganz gut fand und Präsenz sowieso schwierig wird mit den Begrenzungen, also für größere Brüffungen, es geht ja bloß bei kleinere. Und da ich zu den anderen Fragen jetzt nichts sagen kann, ja. Okay, dankeschön, Stefanie, Jessica? Also ich finde das allerwichtigste ist klare Kommunikation, das ist das, was dieses Semester noch ein bisschen gefehlt hat, also dass man relativ früh einfach weiß, wann die Prüfung ist, wie sie funktioniert, wie sie abläuft, das ist das allerwichtigste, dann kann man sich mit relativ vielen Formen einfach anfreunden. Dankeschön, Jessica, bei dem Punkt der Kommunikation gab es auch gerade noch mal viel Zustimmung und Nicole, was ist dein Fazit? Ich stimme auf jeden Fall allen Beiträgen bisher komplett zu, gerade auch Kommunikation sehe ich auch ganz weit oben auf der Liste und jetzt noch mal ein bisschen spezifischer, auch Take-Home-Examen finde ich generell gut, was ich mir wünschen würde, ist da so ein bisschen mehr Flexibilität in der Aufgabenstellung, also dass man nicht eben zum Beispiel fünf Aufgaben hat, die alle zwingend beantwortet werden müssen, sondern dass man schaut, dass man unterschiedliche Kompetenzen abfragt und da dann Auswahlmöglichkeiten gibt, also dass es dann eben zum Beispiel, wenn Wissen abgefragt werden soll, wie normal bei Vorlesungen in den Klausuren das stattfindet, dass es da meinetwegen auch einige Fragen zu gibt, die genau das anspielen, dass es gleichzeitig aber auch noch Fragen gibt, aus der man eine Nummer wählen muss, die dann eben so ein bisschen essayistisch, sag ich mal, sind, wo man mehr anwendet, einfach, dass es da eine Mischung gibt, dass das so ein bisschen flexibler, offener wird und eben nicht so versteift versucht wird, Präsenzform eins zu eins in die digitale Lehre und ins Online-Format zu übertragen. Dankeschön, Nicole und zum Schluss noch Gregor. Ich würde das noch ein bisschen über diese Prüfung halten und zwar, was ich glaube ich hier auch wieder gezeigt hat, ist, dass es immer noch ein ziemliches Unvertrauen vieler Dozenten gibt, Richtung Digitalität zu gehen, also dass es da immer noch so ein Herantasten gibt, so ein ist mir nicht ganz so recht und ich denke, das müssen einfach alle lernen, dass es kein Teufelswerkzeug ist, sondern dass es echt ein gutes Ergänzungszeug ist zu anderen Lernformen, Prüfungsformen und andererseits, dass halt auch die Institutionen, Hochschule, genauso wie ja eigentlich jede Schulform dazu lernen muss, dass es halt mehr Vertrauen zwischen Dozenten und Studenten gibt, dass es halt die Dozenten nicht immer nur der Meinung sind, dass sie irgendwie Studenten irgendwas reindrücken wollen und die Studenten halt einfach nicht jedes Mal versuchen wollen, den Dozenten nach Strich und Maß zu verarschen, zu hintergehen und dementsprechend Studenten auch durchaus in der Lage sind, Sachen gewissenhaft für sich selbst zu machen und dann gute Leistungen dabei rauskommen. Dankeschön, Gregor. Ich denke, zu der Aussage, also dieser Aussage stimmen alle zu. Also ja, es gab ja auch gerade noch viele Plusse im Chat. Damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch für euer Feedback. Wir sind damit am Ende der zweiten Ausgabe des digitalen Erfahrungsaustausches des digitalen Semesters an der TU Dresden. Ich bin gespannt und würde mich freuen, wenn wir uns bei einem dritten Teil sehen. Mal schauen, worüber es dann geht. Vielen Dank. Habt noch eine schöne Zeit, habt einen guten Sommer und ganz wichtig, bleibt gesund.